Das war ein Stück Marisol von Lolo Reinhardt und auch jemand, der uns ganz klar hier geklärt hat. Und da weiß ich schon, Lolo Reinhardt macht sein Lolo and Friends am 5. August. Am besten jetzt schon reservieren, das wird immer rappelvoll. Das wird das Bett am 5. August. Mike, wann ist dein Konzert nochmal? Am 18. Also alle mal mitmachen. Am 18. Mai ist der Mike erstmal. Am 18. Mai im Café Rahn mit seinem großen Chipsy Kings Projekt. Am 18. Mai ist ja in diesem Jahr nä conceived und wie wichtig, Aber ich kann. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018